Was geht ab Freunde? Stefan hier von FIFA und herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel gegen Kevin von den Hamburger Youngstars. Wir sehen hier im Hintergrund unser Team, das konnten wir uns zusammenstellen nach eigenen Wünschen mit zwei Legenden. Ja, das können wir aber leider nicht für unseren eigenen privaten Gebrauch verwenden. Das wäre natürlich auch viel zu schön gewesen. Einige hatten gefragt, ja, könnt ihr das behalten? Nein, dem ist leider nicht so. N.E. hat das erste Spiel in der Gruppenphase mit 2 zu 0 gewonnen. Wenn ihr das Spiel verpasst habt, schaut gerne mal bei unserem Kanal vorbei. Das findet ihr auf jeden Fall. Ist eine gute Ausgangslage. Mal sehen, was ich daraus jetzt machen kann. Und ich muss ehrlich sein, meine Freunde, ich war richtig nervös, hatte so ein Eierflattern. Also das war nicht mehr normal. Naja, ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, haut rein. Ciao. Was geht Leute? Hamburger Youngstars hier und herzlich willkommen zum YouTuber-E-Turnier. Ich spiele jetzt gerade die zweite Runde gegen Stefan von FIFA. Und wir waren im Skillerteam und mal gucken, wie das Ganze ausgehen wird. Ja, ob wir jetzt so viel skillen werden, ist die Frage. Aber wir spielen natürlich auch Sieg. Welche Trikots nimmst du? Passt so, oder? Jo, passt. Wunderbar. Ja, dann schauen wir uns mal das gegnerische Team hier an von Kevin. Und? Ich von Stefan. Ja. Den ZM wirst du auswechseln, ne? Jo. So, wir bringen auf jeden Fall jetzt mal Neymar rein. Damit er auch die volle Chemie hat, haben wir eben hier diesen Casemiro drin gehabt. Alles klar, dann ein gutes Spiel. Ebenso. So, los geht's hier. Der erste Angriff. Romides. Ja! 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 So, wenn ich jetzt erstmal hier das Spiel aufbauen und Kidera ist sehr weit vorne für meine Verhältnisse hier. So, da wechseln wir mal die Seite und hoch geht's. Boah, da ist die Saison. Kommt mal der Schuss hier, der Erste. Bissi! Oh, mein Gott! Oh mein Gott! Direkt der Erste schafft. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Junge, junge, junge. Jungs, junge. Ey, damit hätte ich nicht mal gerechnet, dass der jetzt rein geht hier einfach aus dem Nichts. Junge, junge, junge. So, jetzt ist Neymar noch drin. Ah, Lothar! Ich bin jetzt spürt. Ich bin jetzt spürt. Ah, da kommt er durch. Jetzt kommt der Schuss. Oh! Das gibt die Ecke. Oh, Pelé bringt das Ding in rein. Da steht David Luiz. Oh, was macht der denn? Was macht der denn? Komm mal raus. Stark. Und jetzt kommt noch mal ein Schuss. Schuss! Ronaldo. Oh, verliert er. Das war nicht so gut da. Jetzt Pelé, Alter. Pelé am Ball. Schuss! Langer Ballmann. Das startet Neymar. Und der Tor ist weit draußen. Oh! Tschüss! Plattenkreuz. Schönes Ding. Cristiano Ronaldo steht bereit. Atmet einmal durch. Und der kommt gefährlich, aber da steht Diego Alves. Und holt sich den Ball. Und Thiago Silva, hol ihn dir. Oh, das wird zu. Komm drauf da jetzt! Jetzt kommt er! Oh! Oh, schade! Tschüss! Was hat das nicht klappt? Pattenkreuz die ganze Zeit. Schuss! 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 Es gibt nur die Schusskasse. Feuer! So, Halbzeit. 1-2-1 steht's. So ein ausgeglichenes Spiel würde ich sagen. Ja. Auf ne gute Zweithälfte. Starker Pass hier auch. Ruhlg. Bringen die Flanke rein. Und jetzt mit dem Kopf. Oh, schade. Haben die Messier. Hau den Ball weg! Das geht doch gar nicht. Alter! Nach der Ecke macht er das Ding da rein. Oh mein Gott, wer war das? Ronaldo? Ja, ja. Sei schmeißig. Lauf. Ganz krass. Ja! Was macht er denn damals? Was macht er denn jetzt? Ja. Stark hier kommt Horvath. Kraft nicht überhalten. Jetzt hau die Brille da weg. Das ist unfassbar. Das klingt das Sweaty! Dompele, zieh mal durch jetzt. An Ramos vorbei. Setz dich da durch. Die Flanke kommt. Mach ihn jetzt rein! Wow! Wäre schön geworden hier. Wird noch nie weg. Zwei gleich. O, ich dachte das nachts wird nichts. Ja ist doch. Ja ist doch nicht. Jawohl! Sehr schön, sehr schön. Schöne. Ja, ja. Komm on. Ja! Hopp, gelauft auch noch vor, darum dreht er sich auch noch weg. Alter, was macht der Torwart da? Ganz ruhig, war geplant alles. Pelle, setz dich doch einmal da durch. Jetzt gibt's Zeitspiel, das war ja wieder klar hier. Komm rein, Angriff. Komm, geh mal da ab jetzt halt. Setz dich durch. Ja, das Wurz wohl gewesen sein soll. Ja! Gutes Spiel. Ja, der Kevin hat 2-1 gewonnen. War einfach ganz schön spannend. War wirklich, war richtig spannend fand ich. Hat auf jeden Fall überhaupt gemacht. Ja, das war's jetzt von dem zweiten Spiel. Henning spielt dann gleich noch gegen Beepard Gaming. Macht's gut, bis später und ciao! Ciao! Du言 see w Deutsch, Wirk300 im Kauf. Uuuh! Ciao, ciao! Sousa Sipras Bis zum nächsten Mal.